Traumdeutung und Traumsymbole, zum Beispiel Traumdeutung des Traumsymbols Szene. Traumdeutung und Traumsymbole helfen, die eigenen Träume deuten und besser verstehen zu können. Traumsymbole besitzen bei der Traumdeutung eine wichtige Rolle. In jedem Traum tauchen Traumsymbole auf, die es zur Traumdeutung zu interpretieren gilt. Nur wer diese Traumsymbole richtig deutet, kann verstehen, was das Unterbewusstsein mit einem Traum mitteilen möchte. Dabei können Traumsymbole von unterschiedlichem Charakter sein. Möglich ist, von einer bestimmten Person zu träumen. Dann steht dieser Traum wahrscheinlich auch mit dieser bestimmten Person bzw. der Beziehung zu ihr in Verbindung. Traumsymbole können aber auch Häuser, Szene, Spinnen oder Haare sein. Alles, was sich vorstellen lässt, kann als Traumsymbol auftauchen und zur Traumdeutung dienen. Traumdeutung des Traumsymbols Szene Die traditionelle Traumdeutung ging davon aus, Szene besäßen im Traum die Bedeutung einer aggressiven Sexualität. Korrekter ist aber, sie mit dem Wachstumsprozess zur sexuellen Reife zu verbinden. Ausfallende oder lockere Szene deuten das Bewusstsein an, eine Form des Übergangs zu durchleben, vergleichbar mit dem Schritt vom Kind zum Erwachsenen oder vom Erwachsenen zu Alter und Hilfslosigkeit. Im Traum, die Angst vor ausfallenden Szene zu verspüren, ist gleichbedeutend für die reelle Angst, alt und nicht mehr begehenswert zu sein oder vor dem Erwachsenen werden. Als Frau zu träumen, Szene verschluckt zu haben, lässt auf eine Schwangerschaft schließen. Szene symbolisieren auch einen Biss oder die Bissigkeit sowie Vitalität geliebte Kinder oder Geschlechtsorgane. Ebenso ist das Raubtierhafte und Reißerische zu beachten.